Hier ist die alte, liebe, kleine Arnika. Sie ist ein Hundchen von maximal 45 Zentimeter. Leider geht sie nicht so gut, wie ich sehe. Aber ja, kann auch sein, dass sie sehr lange in ihrem Kanäle gesessen hat und keine Muskeln. Muskel unkert und gar nichts. Schauen wir mal, was wir da machen. Arnika! Sie ist sicher schwerhörig. Ich habe nämlich vorhin die Tür geknallt und das hat sie kaum gehört. Arnika! Schatzi, Arnika, Schätzchen. Gutes Mädchen, ganz ein gutes, kleines Mädchen. Mini Maramane. Da kommt unsere kleine Arnika. Jetzt ist sie schon rausgesetzt, dass sie ein bisschen Sonne hat und hoffentlich ein bisschen besser geht nach einiger Zeit. Mini! Arnika!